Der Kriegskanzler Scholz zu Besuch bei Audienz beim Papst. Macron, der Präsident mit vielen dunklen Vorlieben, möchte Soldaten auf ukrainischem Boden stationieren. Putin mit einer Rede an die eigene Nation, wo er dem Westen ganz klar mit Atomwaffen droht. Deutsche Generäle, NATO-Generäle in einem internen Gespräch geleakt. Und man will uns in der Öffentlichkeit nun sagen, all diese Schlagzeilen haben zusammen nichts zu tun. Aber wir werden heute in diesem Video ein größeres Bild zeichnen und damit ganz klar sagen, was auf Deutschland zukommt und welche Rolle Kanzler Scholz darin hat. Wir werden uns vielleicht im Anschluss beschimpfen lassen müssen als unsolidarische Nazis, weil wir nicht wollen, dass Menschen am Schlachtfeld sterben. Weil wir nicht wollen, dass weitere, auch deutsche Soldaten, in ein Kriegsgebiet entsendet werden, das niemals hätte entstehen dürfen. In dem Sinne, mein Name ist Hannes Hartnagel. Mein Name ist Deutsch Benjamin und ganz wichtig, vergesst nicht, am Freitag haben wir einen riesengroßen Livestream, ein Special für euch vorbereitet, am 8.03. um 18 Uhr, wo wir uns ganz genau das Thema Bankenkrise, Immobilienkrise, Enteignung in Deutschland und natürlich ganz wichtig das Thema Bitcoin, Kryptowährungen und uns ganz genau anschauen. Wir werden auch dort ein paar Altcoins zeigen. Die Chancen, die aktuell im Markt sind, sind so gigantisch. Und deswegen seid am Freitag mit dabei. Hier unter diesem Video ist der Link. Ihr könnt auch das vormerken lassen, den Livestream, sodass ihr erinnert werdet von YouTube und dann seid ihr wirklich live mit dabei. Hannes, heute wieder Dienstag, geopolitische Themen. Ich freue mich riesig. Legen wir los. Ganz richtig, Benjamin. Aber am Freitag unbedingt dabei sein. Wie gesagt, wir werden auch den einen oder anderen Altcoin besprechen und natürlich auch konkrete Tipps geben, wie man sich schützen kann vor dieser drohenden Immobilien-Banken-Krise, die als Kombination davon zukommen wird. Benjamin, der Kanzler und sein Kriegskabinett, muss man jetzt sagen, besetzt mit Lobbyisten wie Strack-Zimmermann und natürlich Anton Hofreiter, mit Protagonisten wie der Entsorgungs-, Entschuldigung, Wirtschaftsminister Habeck und dem restlichen Karnevalverein von Lauterbach und Konsulten. Ja, da kommt relativ viel auf uns zu, das muss uns klar sein. Aber zu Beginn des Videos möchte ich eine Sache ganz klar sagen. Einen Appell Richtung Osten, einen Appell Richtung Westen. Und zwar eines sollte jedem vernünftigen Menschen klar sein. Keiner in Deutschland und kein Europäer möchte einen Krieg auf europäischem Boden. Niemand will Kriegsgebiet in Deutschland heranzüchten. Und darin auch meine Bitte an alle Entscheidungsträger, auch im Osten und im Westen, auch jene dann zur Rechenschaft zu ziehen, die das Ganze auslösen. Jene, die militärische Güter entsenden. Jene, die Angriffe befehlen und jene, die für kriegerische Akte zuständig sind, zu bestrafen und nicht ein Volk dafür bluten zu lassen, für die Missstände, die Regierungen etc. lostreten. Man muss klar sagen, was wir derzeit in Echtzeit vor unseren Augen sehen, ist nichts anderes, als wie ein Turbo-Tempo, in dem sich Deutschland und Europa in einen Krieg hineinbegibt, der niemals hätte stattfinden müssen. Und zu Beginn des Videos haben wir dazu gesagt, mehrere Schlagzeilen, die in den letzten Wochen und Monaten auf uns eingeprasselt sind. Eine Sache dazu. Man möge sich in Erinnerung rufen, Ende letztes Jahr, Anfang 2024, alle Medien, alle deutschen Medien voll mit Pistorius, mit Kanzler Scholz in Deutschland, aber natürlich auch dasselbe Bild in Polen, im Baltikum und in vielen anderen Ländern, dass man die Länder kriegsfit machen will. Ja, es war groß in den Schlagzeilen, der böse Putin plant den Angriff auf Deutschland und deswegen muss alles kriegsfit gemacht werden. Man hat die Kriegskommel gerührt, alle finanziellen Mittel möglich gemacht, um eben dieses Kriegsfit nach Deutschland zu bringen. Und dann hat man sogar Donald Trump dazu hergenommen, wenn er gesagt hat, ja, NATO-Länder werden nur verteilt, wenn sie brav einzahlen, um eben dieses ganze Kriegsbudget, diese Kriegswirtschaft, Joseph Borrell spricht von Kriegswirtschaft, immer weiter voranzutreiben. Und das sollte einem immer wieder klar sein, dass das keine Zufälle sind, die dort in der Vergangenheit passiert sind, sondern ein klares, ein klarer Plan, der nun abgearbeitet wird. Und ja, man kann weiter Russland als den bösen Aggressor sehen. Kann man auch, in jeglicher Hinsicht. Aber man sollte dabei nicht ganz vergessen, was letzte Woche an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und zuvor, wenige Tage zuvor, spricht Macron in Frankreich von Bodentruppen, von Entsendung von Truppen in die Ukraine. Am Tag davor, vor dem Leak in Deutschland, spricht Putin ganz klar an die eigene Bevölkerung, wenn weitere Aggressionen gegen Russland stattfinden, und wenn Angriffe auf das Territorium in Russland stattfinden, dann wird eine Antwort kommen. Und er hat auch klar durchsickern lassen, dass natürlich auch die deutsche Städte, deutsche Gebiete in Reichweite seiner Raketen sind. Und damit hat man natürlich wieder im Westen sofort gesagt, ja, seht ihr, der böse Putin möchte uns angreifen. Man hat aber vielleicht verschwiegen den Leak, der eben an die Öffentlichkeit geraten ist, dass deutsche Generäle, NATO-Generäle, sich offen darüber unterhalten, die Krimbrücke anzugreifen. Und Benjamin, dazu eine Sache mag ich mir überlegen. Man könnte jetzt sagen, ja, die Krim ist ja von Russland annektiert worden, ist ja gar kein russisches Staatsgebiet, die Krim. Wenn Putin davon spricht, dass er es nicht tun wird, dass russisches Staatsgebiet angegriffen wird. Aber sagen wir, okay, laut Völkerrecht etc. ist die Krim eigentlich ein ukrainisches Staatsgebiet. Und dann wäre es ja kein Angriff auf Russland. Aber eine Frage, die niemand stellt, deutsche Generäle, NATO-Generäle, die aus welchen Gründen auch immer sich in Asien in den Hotelzimmern befinden, diskutieren darüber, Brücken, Infrastrukturen, Versorgungskanäle für eine Zivilbevölkerung militärisch mit deutschen Waffen auf einem fremden Staatsgebiet anzugreifen. Und dann ist es relativ egal, ob es jetzt laut Völkerrecht, laut UNO russisches Staatsgebiet oder ukrainisches Staatsgebiet ist. Es ist ganz klar ein Angriff auf ein anderes Land, durch deutsches Militär geplant, durch deutsche Waffen durchgeführt und damit wäre Deutschland in einem Krieg drinnen. Und damit die ganze klare Frage an Herrn Kanzler Scholz. Wie kann es sein, dass deutsche Generäle, dass deutsches Militär dazu verwendet wird, einen anderen Staat, einen souveränen Staat, ganz egal in welcher Form man das Ganze sehen will, angegriffen wird? Die zweite Frage an Sie, Herr Kanzler Scholz. Wer hat Nord Stream 2 gesprengt? Wenn man bereit ist, das eigene Material, das eigene Generäle herzunehmen, um andere Länder anzugreifen, danach wäre die Frage angebracht, wer Nord Stream 2 gesprengt hat. Und dann, die Antwort wird kommen, die ist ganz einfach, wer profitiert von den ganzen kriegerischen Akten? Wer profitiert davon? Es ist keine Zivilbevölkerung, was man uns sagen will. Es ist keine Befreiung in der Ukraine, was man uns sagen will, sondern wer profitiert von diesen militärischen Akten, von dieser Kriegswirtschaft? Benjamin, ich glaube, da kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle reinbringen, oder? Mannes, erstmal vielen, vielen Dank für diese gewaltige Einleitung und schon die genaue Schilderung, wo es hingeht. Und ja, es wird natürlich profitiert. Im Krieg profitiert immer irgendjemand. Und wir haben da nochmal ganz tief nachgebaut und haben uns geschaut, okay, wer profitiert denn von diesem Krieg? Und schau, schau her, wir haben ja diesen Link unten hier verlinkt von Reuters.com. Und zwar, es ist BlackRock oder unter anderem auch GP Morgan. Denn BlackRock und GP Morgan haben bereits, also der Vorstand von BlackRock und auch von GP Morgan, wir sprechen hier von Larry Fink und unter anderem bekannten Jamie Dimon, der der Bitcoin so hasst, der spricht darüber, dass bereits schon ein Wiederaufbaufonds jetzt schon aufgelegt worden ist für die Ukraine. Und dieser soll viele, viele Milliarden Dollar groß sein. Und dieser Aufbaufonds oder Wiederaufbaufonds, wir können es auch Marshall Plan 2.0 nennen, der wurde dieses Jahr im schönen Davos besprochen, während sich, ja wie soll ich sagen, Soldaten dir im Grund und Boden zu niederknüppeln, wird da ganz fein bei Champagner ausgemacht, wie man die Ukraine danach wieder aufbaut. Und ganz wichtig natürlich für GP Morgan und BlackRock, wie man denn die finanziellen Mittel hierfür zur Verfügung stellt. Wir sprechen hier von 280 Projekten, die mittlerweile schon hier geplant sind. Also unglaublich, davon liest man ja in den Mainstream-Medien gar nichts. Und gleichzeitig geht es auch darum, dass auch Sonderbeauftragte, Sonderbeauftragte von den USA hier auch mitwirken. Und natürlich für mich die interessanteste Information, Hannes, dass eben direkt Zelenskys Büro zusammenarbeitet mit GP Morgan, Jamie Dimon und auch BlackRock und unter anderem Blackstone, Dell und ArcelorMittal sind da auch mit dabei. Und auch Bridgewater, also Bridgewater, ihr wisst es, von Ray Dalio, auch hier mit dabei. Das sind schon Informationen, die ich persönlich recht krass finde, Hannes, weil davon liest man nichts. Und eigentlich, so wie im Zweiten Weltkrieg, Hannes, Marshaplan, 1944, auch neues Geldsystem, haben wir dieses Mal eigentlich genau dasselbe. Obwohl der Fokus auf das Schlachtfeld gerichtet wird, wird hintenrum schon wieder bei den Eliten, eigentlich schon wieder der große Rubel, klargemacht. Benjamin, und dann natürlich Ray Dalio, für viele von uns ein großes Vorbild. Ray Dalio, ein fantastischer Mann, der einfach sehr viel verstanden hat, aber man muss schon eines auch ganz klar sagen, wenn man weiß, auf welchen Konferenzen Ray Dalio in letzter Zeit Gasttrainer war, wie oft er in Dubai war, auf welchen Konferenzen, Klimakonferenzen etc. aufgetreten ist, dann weiß man auch, wohin das Bild geht. Und dahin warnen wir immer wieder, lasst euch nicht blenden von wunderbaren Sonntagsreden, auch wenn wir beim WestinBest die besten Sonntagsreden haben, aber definitiv schaut es da genauer hin, was Sache ist. Und wenn ich mir das gesagt habe, in Davos hat man die ganzen Dinge besprochen, da haben wir auch schon relativ viele Videos darüber gemacht, beispielsweise Wirtschaftsminister Habeck, der in Davos spricht von der kompletten Unterstützung der Ukraine, dass Deutschland das Ganze zu bezahlen hat, dass es nur solidarisch ist und dass damit eben diese Gelder dann von Deutschland in die Ukraine verwendet werden. Nächsten Freitag beim Livestream schauen wir uns auch an, dieser Lastenausgleich, ob er Anwendung finden kann, auch bei dem Wiederaufbau in der Ukraine, der natürlich dann geleitet wird von Blackrocks Gnaden. Wer war nochmal bei Blackrock? März in Deutschland, glaube ich einmal. Und dann wird dieser ganze Aufbau dort geleitet. Ja, da werden dann schon ein paar Euros auch abfallen. Aber bei demnächst noch ein paar andere Profiteure, oder? Ja, es gibt noch andere Profiteure. Ganz genau, vielen Dank hier auch dafür. Und zwar, Hannes, richtig krass. Wir sprechen von den drei größten Rüstungskonzernen der Welt. Wir sprechen von Lockheed Martin, das ist der größte Rüstungskonzern der Welt, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Und zwar, dieser Konzern hat 89 Prozent vom Gesamtumsatz nur für Rüstungsgeschäfte. Also es ist ein reines US-amerikanisches Rüstungsunternehmen, das massiv von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen profitiert. Das zweitgrößte Unternehmen weltweit ist Raiden Technologies. Und auch die haben 65 Prozent vom Gesamtumsatz, multimilliarden Dollar schweres Unternehmen, nur für die Kriegswirtschaft. Auch die machen einen Reibach, wie man es sich noch vorstellen kann. Und jetzt kommt es, das drittgrößte Unternehmen, das drittgrößte Rüstungsunternehmen dieses Planeten ist Boeing. Und Boeing, das wissen sehr wenige, weil Boeing sagt immer, ja Boeing und Airbus machen ja Flugzeuge. Nein, 55 Prozent von Boeing ist auch für die Rüstungsindustrie. Und das Spannende, was alle diese drei Unternehmen gemeinsam haben, sie sind alle in den USA. Schauen wir aber ganz kurz nach Deutschland, Hannes. Da gibt es einen ganz großen Profiteur. Und zwar, das ist die Rheinmetall. Das ist die Rheinmetall AG. Und die profitieren ganz, ganz massiv von diesem Krieg. Denn wenn wir uns mal den Chart hier von der Rheinmetall-Aktie anschauen, dann sehen wir hier unfassbare 360 Prozent der Rheinmetall-Aktie seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und eines ist wichtig, die Aktie geht nur in eine Richtung, Hannes. Es gibt fast keine Korrektur mehr, es geht vertikal. Und eine Aktie, müsst ihr mal bitte so sehen, ist immer ein Vorlaufindikator für die Entwicklungen. Und solange die Rheinmetall-Aktie weiter anzieht, wird es auch weiterhin zu noch mehr Rüstungsausgaben kommen. Und da haben wir noch einen kleinen Wiedereinspieler dabei, was gerade bei Rheinmetall passiert ist. Spatenstich für ein neues Werk des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Unterluss in Niedersachsen. An dem symbolischen Akt am Montag nahmen neben Rheinmetall-Chef Armin Papperger auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsminister Boris Pistorius und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen teil. Mit dem neuen Werk soll die Versorgung der Bundeswehr mit Munition aus Deutschland sichergestellt werden. Hier sollen unter anderem 200.000 Artilleriegeschosse pro Jahr produziert werden. Neues Werk von Rüstungsproduzent Rheinmetall in Niedersachsen. Und ihr seht in diesem Video wirklich einen Spatenstich gemeinsam mit Olaf Scholz. Ja, während andere Industrien schrumpfen und Personal abbauen, baut die Rüstungsindustrie in Deutschland, zumindest eine Industrie, massiv aus. Und es sollte spätestens jetzt jedem von euch klar werden, was auf Deutschland in den nächsten Jahren hier zukommt. Und Hannes, jetzt mal eine Frage an dich. Sollte man jetzt ganz ehrlich, wenn ich das alles sehe, ja, ich sehe, da wird ein neues Werk gebaut. Der Olaf Scholz spricht hier wirklich von Tönen wie, man muss sich verteidigen in Europa, wir müssen investieren in die Kriegswirtschaft. Sollte man nicht das Deutsche komplett auswandern? Oder welche Perspektive hat man denn jetzt noch? Jetzt ganz mal ehrlich an deine Meinung, bevor wir weitergehen. Ganz im Gegenteil, Benjamin. Auswandern ist keine Lösung. Und zwar Deutschland, Europa ist unsere Heimat. Also unsere Heimat ist Europa, nicht Deutschland. Aber man muss ganz klar sagen, man sollte auch immer für seine Heimat ein Stück weit einstellen. Ein wunderbares Land mit wunderbaren Menschen und das über die Grenzen hinweg. Und da muss man ganz klar sagen, wir sollten aufhören, diese Lügen zu ertragen. Wir sollten aufhören, es zu ertragen, dass uns da Dinge vorgemacht werden, die einfach nicht stimmen. Wir sollten aufhören, es zu ertragen, von einer aufhören, von zu produzieren Wirtschaft bis zum Spatenstich, dem Grinsekanzler, während Menschen am Schlachtfeld, mit genau jenen Waffensterben zu ertragen und das Ganze dann auch mitzutragen. Damit sollte man endgültig aufhören und damit sollten auch vor allem die Deutschen endgültig aufhören. Denn eine Sache muss uns klar sein, all das, was wir da vor unseren Augen tatsächlich in Echtzeit sehen, ist ein Hochfaden der Kriegswirtschaft, um eben dann, um zu. Und das sollte man verstehen. Es wird kein Einmarsch von Russland in Deutschland passieren. Aber was sehr wohl passieren kann, sind gewisse Dinge, die dann eine Kriegswirtschaft im vollen Umfang, eine planwirtschaftliche Kriegswirtschaft, eine kommunistische Wirtschaft sozusagen einleiten. Und das steht dahinter. Und das sehen wir in allen Bereichen ganz klar einen Wirtschaftsminister, der sagt, aufhören zu produzieren, der mit allen Maßnahmen, die er gemacht hat, bitter gescheitert ist, damit Deutschland an die Wand gefahren hat und zeitgleich einen Grinsekanzler, der sich nicht erinnern kann an gewisse Dinge, der es zulässt, dass generelle Deutschland zum Kriegsgebiet machen wollen und dann am Ende des Tages einen Spatenstich feiert, in dem weitere Waffen zum Morden, zum Töten produziert werden. Und damit muss Schluss sein, damit muss aufgehört werden und das sollte den Menschen vor allem in Deutschland endlich durch den Kopf gehen. Und eine Sache muss uns dabei auch klar sein, die zwei Pressemeldungen, Presseersendungen von gestern, von Montag, hätten nicht deutlicher sein können. Wir haben einmal die russische Sprecherin des Außenministers, Lavrov, die ganz klar sagt, die Entnazifizierung in Deutschland sei noch nicht abgeschlossen. Sie betonte, die Folgen für Deutschland wären verheerend, wenn die Bundesregierung, die Bundesrepublik nichts dramatisch ändere. Und auf der anderen Seite hören wir dann den Verteidigungsminister von Deutschland, Pistorius, der von einem Informationskrieg von Putin spricht und das wir uns nicht spalten lassen sollten. Und da muss ich dann schon sagen, die Lage ist definitiv ernst, aber leider Gottes hat Deutschland einen Kriegskanzler, ein Kriegskabinett, das alles dafür tut, dass US- beziehungsweise große industrielle Anliegen wie vom Blackrock und dergleichen erfüllt werden. Und dann sollten wir uns als Bürger von Europa, als Bürger in Deutschland sollten sich die Menschen fragen, ob sie das weiter tragen, ertragen wollen oder ob hier endlich eine Änderung stattfinden muss. Denn ein Sinnbild für die deutsche Politik derzeit, nicht nur der vergessliche Kanzler, nicht nur die ganzen Kriegsminister, sondern allen voran natürlich auch die alte Lobbyistin Strack-Zimmermann. Hannes, Strack-Zimmermann, viele kennen sie nicht, aber es rentiert sich auf jeden Fall da ein paar Worte drüber zu verlieren. Und zwar Strack-Zimmermann ist eigentlich neben, wie du schon gesagt hast, Pistorius eben die bekannteste Persönlichkeit im Verteidigungsrat, sag ich mal, in Deutschland, im Verteidigungsausschuss auch. Sie ist nämlich Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Und sie steht ja dafür unter dem Motto Streitbar in Europa und sie möchte auch als Abgeordnete in das Europäische Parlament diesen Sommer kommen. Und Strack-Zimmermann ist auch starke Kritikerin von Scholz nur so nebenbei. Und warum ist das so? Ja, weil Scholz laut ihrer Meinung viel zu zögerlich mit ukrainischer Munition ist, um nachzuliefern. Also, das ist quasi die Busenfreundin der Waffenindustrie, so kann man sie auch nennen. Und die Dame fordert eben auch Marschflugkörperlieferungen vom Typ Taurus in die Ukraine. Und warum ist das Ganze so brisant? Weil der Typ Taurus die Marschflugkörper 500 Kilometer weit fliegen können. Und somit hat eben Kanzler Scholz einfach Angst, dass man eventuell zu weit ins russische Staatsgebiet hineinfeuert. Und dann könnte das Ganze ganz schief in die Hosen gehen. Auf jeden Fall sagt sie auch, auf was wartet der Bundeskanzler im Gottesnamen, sollte man eher den Teufelsnamen nennen, denn er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. Also Hannes, sie unterstützt den Vorstoß des Verteidigungsministers, die Bundeswehr auch für Menschen, ohne deutschen Pass zu öffnen. Ist, glaube ich, immer wieder mal gut zu erwähnen, dass diese Frau das unterstützt. Und das, dazu haben wir auch schon ein Video gemacht, dass man uns mal fragen soll, warum man in den USA, warum man in Europa überall einen Zustrom aus dem Süden hat, um eben dann mehr junge Männer nach Deutschland zu bekommen. Es kommen keine Frauen und keine Kinder nach Deutschland. Es kommen keine Frauen und Kinder an der Sudgrenze der USA in die USA, sondern es kommen alles junge Männer. Das haben auch viele von euch schon mehrfach belegt. Und damit sollte man sich fragen, was ist auch hier das Umzu? Möchte man künstlich hochrüsten, aufrüsten, um dann einen Krieg zu führen, der dann auch weiter eskalieren kann? Leute, eines sollte uns klar sein, wir müssen jetzt aufwachen, wir sollten jetzt Stopp sagen und Nein sagen zu dem ganzen Ertragen, der Lügen, zum ganzen Ertragen, dem, was auf den Schlachtfeldern dieser Welt passiert. Und damit ist nicht nur die ukrainische Boden gemeint, sondern da gibt es viele Schlachtfelder in vielen Bereichen und damit sollten wir endlich aussteigen aus diesem Themenfeld, was uns vorher geben wird und uns darauf besinnen, auf das ankommt. Es ist Wachstum, es ist Freude und vor allem Menschlichkeit. Mit Herzenverstand gestalten wir die Zukunft, wir müssen uns aber dessen endlich bewusst werden. Stream sofort teilen, Menschen aufwecken und damit Teil einer wunderbaren Zukunft werden, die ohne Zweifel unsere ist. Unglaublich, was passiert in Deutschland. Auf jeden Fall Freitag einschalten, das wird der Hammer, ganz langer Livestream. Wir werden echt lang dabei sein, in dem Fall, wir freuen uns, dass ihr mitkommt. In dem Fall bis dann und vergessen wir nicht Hannes, dass die Zügelein besonders im Jahr 2024 ganz bestimmt nicht schlafen werden, aber noch viel wichtiger. Wir nutzen die Chancen in dieser epochalen Zeit. Tschüss und bis Donnerstag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.